Meine Freunde, was geht? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream, Highlights, Reactions, Realtalk und sonstigen Kram, den ihr auf Twitch eigentlich exklusiv rausballert. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall bei diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal rein, meine Freunde. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ciao. Was machen die da? Nicht mit Gewalt. Du machst es noch richtig kaputt. Wir brauchen einen neuen Staubsauger. Nee, kauf du einen. Du bist doch reich. Ja! 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 Das ist... Verdammter Hurensohn, Alter. Der verdammte Wichs-Staubsauger. Das ist live-assi-TV, Leute. Stark. Danke. Wenn ich staubsauge, ne, dann ist das noch nie abgegangen. Du staubsaugst doch nie! Bitte, ja. Stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Bruder, aber da habe ich echt den Muskeln, Alter. Geht doch. Ich habe dem Staubsauger seine Mutter beleidigt. Alles klar. Okay, gut. Danke dafür, Kevin. Danke. Stark, stark, stark. Oh mein Gott! Ich bin... Ich schwöre auf alles, Jungs. Ich habe den Clip vorher noch nie gesehen. Digga, das ist ja... Das ist ja halt nicht. Oh mein Gott. Clip it! Ich will nur, dass Kevin irgendwie hässlicher ist. Ich küsse dein Auge, Kevin. Er macht Revies Reaktion, aber es fehlt ja total seine Reaktion. Also... Hat einer ein besseres Reaktion? Das ist ja das schlechteste Gründe ever. Was ist das gerade für ein Stream hier, Leute? Was ist das hier gerade? Es ist ja schon vorbei, der Moment. Der Moment ist ja schon vorbei. Kevin! Sag mal, Kevin! Kevin, Alter! Kevin! Sozial? Kevin! Das war sehr unsozial. Kevin! Auf jeden Fall. Kevin, wir spielen gleich noch Fortnite, ja? Wir spielen gleich noch Fortnite, Kollege. Du wirst schon noch sehen. Wahrscheinlich hat die kleine... Kevin! Sag mal, Kevin! Kevin, Alter! Kevin! Sozial? Kevin! Kevin! Kevin, Alter! Kevin! Sozial? Kevin! Das war sehr unsozial. Kevin! Auf jeden Fall. Kevin, wir spielen gleich noch Fortnite, ja? Wir spielen gleich noch Fortnite, Kollege. Du wirst schon noch sehen. Wahrscheinlich hat die kleine... Du wirst noch sehen, Leute. Schreibt Kevin mal das... Leute, ich bin komplett im... Ich weiß nicht, was hier los ist. Warte mal. Ja. Du hast den Joke von dem Clip gehalten. Ey, das YouTube-Sagab-Idiot. Ja, ist doch egal, Kevin. Passt doch. Lass uns doch kurz unterhalten. Lass uns doch kurz unterhalten, Kevin. Hast du eigentlich den Witz von dem Clip überhaupt gecheckt? Nee, nee, hab ich nicht. Jawohl, pass auf, pass auf. Okay. Der Witz war gewesen, wo ich oh mein Gott gesagt habe, dass ich am Anfang, bevor ich den Clip angeguckt habe, meine ich so, okay, da steht Ehre genommen, dass du mir die Ehre nimmst. Ich predikte, er würde sagen, ja, der Typ, der sieht genauso aus wie, der erinnert mich an Kevin irgendwie, nur dass Kevin hässlicher ist. Ja, das hat dir gefehlt. Das hat dir gefehlt. Deswegen sag ich ja, du hast den Joke gar nicht gecheckt, weil die Leute das so schlecht geclippt haben. Ja, Mensch. Stark. Kevin. Danke. Danke dafür, Kevin. Das war's an der Stelle. Komplett. Das war's. Kevin ist weg. Nee, stark.